2 Männer, 1 Männer, sagen wir! Ach du scheißen die jetzt! Ja, okay. Könnte dauern, aber könnte was werden. Aua. Okay, nein, so wird das nix. Wo bist du hin? Okay. Sack. Nochmal. Aua. Aua. Ja, ja, ist ja gut. Hallo, ich hab gedrückt zur Verteidigung, aber wollte nicht. Na ja, komm, ich hab geschlagen. Mach nochmal einen Eingriff. Ja. So, und jetzt gibt's auch's Braue. Okay, ähm, ja, nicht so einfach der Kampf, aber machbar. Ja. Da? Ja. Das ist ein Freund. Er ist eine andere Fähne. Was ist er? Heute, der großartige Gastel wird von jemanden sehr speziell, von uns alle, obwohl wir ihn Angst haben. Er ist auf ihn! Geh zurück zu uns aus dem Nachdenken. Fast, in his glory, oh Gastel. Er, der hat die Todesmögen gegründet, wie sein Vater vor ihm ist! Immortal, ein Olympian, ein Godhead! Oh no! Ach, du mein Gott! Oh ne, sollen wir gegen den jetzt auch noch wieder kämpfen? Ach, du Heilige! Sollen wir das nachher? Ohohohoho! Aua, Alter! Kann ich nur noch einkümmern? Nein! Ich glaub, das kommt nicht gut, wenn ich hier einwand dauert, als ob's mal umgekommen ist. Nein, lass mich, lass mich, lass mich! Okay, okay! Aua, Alter! Jaja, ist ja gut, darf ich auch mal wieder weglaufen? Darf ich auch mal wieder weglaufen? Darf ich auch mal wieder weglaufen? Uh-huh Okay Lass mich laufen, lass mich laufen. Komm her, X-Fotos. Greif durch die Fässer an. Oh, da greift alle Leute an, das ist auch in Ordnung. Verdammt. Oh, nein, nein, nein. Oh, danke für die Waffe. Oh, nein, 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 nein. Alter. Das muss ich immer werden. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Verdammt. Hat's funktioniert oder hat's nicht funktioniert? Bin ich tot oder bin ich nicht tot? Alter. So, darf ich erstmal was trinken? Lass mich was trinken, lass mich was trinken. Alter, Schwede. Ich wusste gar nicht, dass es so viel weiter geht. War das jetzt der Kampf gegen ihn? Ich hätte ihn ja gerne ganz getötet. Ah, finder einen Weg zurück zum Big Chief. Ja, das wird über eine längere Folge. Da muss ich ja ein bisschen schneiden. Oh. Ich hab nicht mal irgendwelche Waffen oder so. Nein, 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 nein. Hallo? Hat er den Block nicht ganz ausgeführt? Na, nehmt da noch einen? Nee, okay. Eich, 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 meine Güte. Ich nehme einfach mal weiter auf. Mal gucken, wo ich schneide oder nicht schneide. Munition. Mein Munitionskürtel ist voll. Ich habe aber keine Waffen. Oh, oh ja, oh ja. Bitte lass mich auffüllen. Das kann ich sicherlich gebrauchen. Vor allem, weil er jetzt wahrscheinlich wieder völlig hochgeheilt ist. Au, ey! Oh, was ist das jetzt so? Och, Mist, der denn immer. Wow! 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 Geh ihn, Herr Strotas! Ach du Heilige! Aua! Äh, 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 äh? I. Who there? You're too strong to break now. Oh, it's you. A buominus, organic mechanic, my champion, he's wounded. What are you saying? We ain't even this mess on my doorstep! I swear, we'll end up more of a mess than him. Skim to the chair. Huh? Hey. 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 Oh? Oh? There's someone you should meet. Who? It's someone from before. Ta-da! Didn't mean you, dog-eater. There now, ding-dee-dee, huh? We're all friends here. Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, Penny. You have no right to hide in here. You have no right to cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed rogue warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. I do. I do. Sleep well, leech? I am Scab. Warboy I was. Now, blood bag was made for greatness. Born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins. And scorch your soul! Hey, it's my payment! Huh? Yeah. Go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine? Out there. The underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit-sack like you! Keep working! Blood leech! Blood leech outside! Blade now! My car is safe. But Mad Max nix! nicht mit so einer Sequenz. Wo bin ich? Ich bin in Gastown. Okay. Gut. Ja, wir müssen jetzt vermute ich mal irgendwie die hier noch unter Welt Dings finden. Hope finden. Ich gucke noch mal, ob ich vielleicht noch irgendwo anders gut, ähm, ja, damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ihr werdet ja sehen, wo ich geschnitten habe. Es werde auf jeden Fall zwei Folgen da draußen machen. Oder vielleicht schneide ich es auf eine zusammen irgendwie. Ich muss mal schauen. Vielleicht auch auf eine größere. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei MedMix. Bye, bye.